Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz kleinen News-Breaking-News-Folge. Der Football Manager 2019 ist jetzt released worden. Ein paar Stunden vor dem eigentlichen Tag, weil heute ist noch immer der 1. November und noch nicht der 2. wo er eigentlich rauskommen soll. Aber ihr seht es schon, Veröffentlichung, 1. November 2018, er ist da. Der Football Manager 2019 ist da. Und manche fragen sich, nein, doch. Ja, klar, er ist da. Und eine andere Sache, vielleicht, die man mal erwähnen sollte. Es gibt Merchandise zum Football Manager 2019. Warum erwähne ich das? Weil ich diese Jacke einfach saugeil finde. Ganz am Rande. Die Mütze sieht auch eigentlich ganz nett aus. Hier, wer Babys kriegt, Randa. Ansonsten reingucken in der Videobeschreibung. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich einfach ein Video mache, er ist da. Nein, es gibt noch etwas ganz Schönes, was ich euch zeigen will, weil das war vorher noch nicht bekannt. Und zwar gehen wir dafür einmal in den Football Manager rein. Gehen einfach mal... Oh, komm, wir gehen zu Fortuna Köln, ne? Zack. Fortuna Köln. Gut. Was seht ihr? Dritte Liga. Was seht ihr? Die dritte Liga ist direkt von Haus aus enthalten. In der Beta war sie noch nicht dabei. Jetzt zum Full Release ist die dritte Liga mit dabei. Zwar nicht original lizenziert, heißt nicht mit Wappen und Spielerbildern, aber mit original Katern, das kann ich ganz schnell hier bei Fortuna Köln zeigen. Ihr kennt sicherlich noch aus meiner Serie Thomas Bröker und Co. Die sind alle mit dabei. Und eine andere Sache. Die, ich meine, dritte Liga gab es ja früher auch immer mit dabei. Was es aber nie gab. Die deutsche Nationalelf. Sonst musste man immer über Umwege eine Fake-Datei pipapo was machen, damit man die deutsche Nationalelf mit Spielern drin hat. Jetzt frisch enthalten ist die deutsche Nationalelf. Ich sag mal, Daumen hoch. Sie haben scheinbar auch dort die Lizenzen zumindest bekommen, dass sie es reinbringen dürfen, dass sie es zeigen dürfen. Und, was ganz interessant ist, was man hier sieht, die deutschen Wettbewerber, ne? Man kann an und für sich nicht, man kann nur hier die drei anwählen, nur bis zur dritten Liga. Aber Regionalliga und Deutschland-U-Bahn-Liga sind erwähnt. Heißt eigentlich für mich, die sind im Editor irgendwo enthalten und es wird nicht lange dauern, behaupte ich jetzt. Nicht lange heißt, das kann trotzdem Tage dauern. Man weiß es nicht. Man munkelt. Muss man mal gucken, wie schnell die Leute sind. Hetzt die Leute nicht. Die machen das in der Freizeit. Es gibt Leute. Und da muss ich jetzt wirklich meine Lanze brechen. Weil das nervt mich. Es gibt Leute, der FM, wo fünf Minuten vorher wird gesagt, ey, er ist zum Download bereit. Yeah, super geil. Da kommen schon die ersten Fragen raus. Ja, wann kommt denn das Deutschland-Pfeil? Wann kommt denn das? Warum ist denn dieses und jenes? Leute, das sind Menschen wie du und ich, die das in der Freizeit machen. Die haben auch was Besseres zu tun. Beziehungsweise das Ding ist raus. Erst jetzt gibt es den Editor mit dem, die das offiziell erstellen können. Das dauert Zeit. Wenn ich jetzt irgendwen lese unter meinen Kommentaren, der sagt, wann kommt denn das File, dann werde ich sauer. Dann werde ich echt sauer. Weil das kann nicht sein. Okay? So. Das muss ich mal gesagt haben. Weil die machen eine super Arbeit. Die ganzen Leute, die die User-Files machen, die machen eine super Arbeit. Ich danke denen vielmals dafür. Es gibt etliche Leute. Ich kenne auch ein paar. Großes Lob an die hierbei. Und was ihr lieber machen sollt. Verteilt mal ein bisschen Liebe an die Leute, die sich den Arsch aufreißen für etliche Spieler dafür ihre Freizeit opfern. Und nicht einmal Geld dafür bekommen. Okay? Gut. Das musste ich jetzt mal raus. So. Fertig. Ende der Durchsage. Und ja. Deswegen. Wir sind gespannt. Wann kommt das File? Weiß ich nicht. Ich lasse mich da jetzt aber auch nicht schätzen. Eine dritte Liga ist mit drin. Das reicht mir jetzt eigentlich für den Anfang schon. Ich überlege, ob ich jetzt schon einen Journeyman starte. Mal gucken. Jedenfalls. Wir sind froh. Der Football Manager. Wie habe ich immer gerne geschrieben auf Twitter. Wo ihr mir natürlich auch gerne folgen könnt. Weil da kriegt ihr die Infos noch schneller. Da habe ich ja schon alles gepostet. Muss nicht auch rendern und sowas. FM's coming home. No wait. FM's home. Und in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zu den nächsten Folgen. Euer Rakim Niti. Ciao. Ciao.